ich muss ja vor jede kiste kommt noch ein schild aber sauf ich mache das noch haben wir sowieso eine sehr hohe sterbequote haben sage ich jetzt einfach mal wir hatten einfach holz bringt einfach ein ja okay dann haben wir wenigstens irgendwie irgendwann verrecken einfach jeden baum ab den du siehst dann gehen mit dem wenn ich ganz linke kiste war glaube ich schon ein bisschen holz drin ist er freaks stehe wieder auf und hack weiter ein paar steine warum triffst du in die tür nicht so klein also der baum hat er muss betrunken gewesen dann als er die gebaut hat bestimmt irgendwelche stimulanten bären gefressen und dieses machwerk hier gemacht die box meint ja ich meine ganze gebäude ja aber das ist das machwerk eines wahnsinnigen ihr seht aus wie in minecraft ja ich habe bären ja ich auch muss jetzt mit beweisen für bären du hast oder was machst du da ich will das mein inventar weißt du was ja war ja so fähig aber gott was du da haupt mich über die ganze insel weißt du denn da gar nichts ich habe mein spiel ist auch gestürzt warum ich habe du nämlich gestehrst du denn erster wieder ich komme gerade jetzt boah, hier will ich auch attacken au gott wo musst du denn auf die Scheiße? du hast mal voll ins Wasser gekickt ja, hab ich denn schon wieder so einen Hunger nein, Hank er hat Hank getötet revanched er hat sich geschwänzelt oh Gott der ist der level 14 oh Gott ne, also 4 so geiften wir das viel überhaupt an weil mir das für Nerven geht Riesenlöpfe geiften sich auch Leute in der Bahn an, oder? oh, komm her, du blöd, ich schau dir in die Fresse in den Fuß mein Gott hat der schwanz ne Reichweite wir müssen als Stamm angehalten alter wir sollten natürlich von hinten angehalten auf gott hat ging schnell ich hoffe er hat sich nicht jedes mal hoch irgendwie ich würde mal sagen wir machen denn gar keinen schaden aber okay ich habe ich doch noch gar nicht angegriffen ich schon wenn das ja den ganzen tag dauert wir kriegen das und bis auch tot er könnten wir ewig von leben von dem vieh ja genau ich müsste meinen speer machen ja dann könnte ich dem der viel in die Fresse werfen genau ja sofort tot eigentlich in den hals werfen aber nur zwei leichen hier direkt am liegen wo sind unsere kisten die ich hierhin gebaut habe ich habe die nicht warum sind boah ich war ja gerade abgestürzt wo hier ist eine kiste draußen also ja die war schon vorher da habe ich jetzt abgestürzt wurde das nicht gespeichert oder was nicht auf den armen ich noch was er machten schwer ja manchmal auch ein der schwer ich werde das wieder dem voll in den hals alter ja was in der titel hat nicht umbringen habe ich keine waffe mehr mein gott warum liegen denn hier drei leichen finde ich dann alles okay das ist der dann jede und daneben ist noch mal der dann jede und hier bin ich noch mal ja noch erst mal die auf den werfen und dann so lasst euch nicht abschrecken von den leuten die gefallen sind klack 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 machen wir natürlich völlig los kommen ich versuche den dat in den hals zu werfen okay mach ich mach auch wie wirft man noch mal bei mir jetzt rechts klick einfach ich habe getroffen ja auch gekackt nämlich geklatscht nicht auch ich müsste ja nicht langsam irgendwie verbluten oder so warum lebt das wie immer noch unsere sperren schon mal weg ja die hängen noch in seinem hals kann das wie jetzt nicht mal verbluten da hat halt sperren seinem hals so am leben ja ich habe nicht weiter gekämpft hallo ich habe nicht bis zum tod gekämpft tut mir leid wie kann der viel so stark sein das ist doch nur level 4 dann sind wir zwei leichen im wasser ich habe nicht gestorben ich glaube der hat dich so hat geprügelt dazu zweimal gestorben ich habe das eine weiß ich nicht ja genau so können wir die leichen loswerden genau ab ins wasser damit machen wir jetzt wie die italiener schlicht du bei den fischen jetzt ganz viele leichen gerüchten zufolge sind in diesem see dutzende leichen begraben hier noch einer ich glaube das bin ich oder er bin ich schick dir noch mal oder ein back gehen da rein zu den anderen das sieht voll gestört aus ja wenn noch mehr vielleicht habe ich ja irgendwas unter meinen vielen sachen was hat wie töten kann wir sind eine steinschleuder stein pfeil nimmst du bist fähig habe ich denn überhaupt ich glaube nicht getroffen einmal ja ich habe noch 35 steine du kannst mir nichts weg kopfschuss naja je weiter du nicht weg steuerst desto weiter bin ich von ihr entfernt verdammt verdammt oh Gott der kommt dir hinterher dahin ah das ist voll gruselig anja pass auf da sind diese komischen vögel schon wieder da bin ich wieder er hat dich auf die andere inselnseite geprügelt die vögel greifen mich schon wieder an hat mir eine stimmbärge geklaut war piste ich ah was hat denn was hat denn was ich weiß nicht wo du bist geh weg von ey lass mich nicht in ruhe hier ist irgendein dinosaurier mit einer rüstung ja warte ich komm ich hab gekackt tech parasaurus oh Gott was ist denn hier alles für rumlaufen ey die beklauen mich die ganze zeit könnte mich mal in ruhe lassen ey geh doch mal weg ey boah ey 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 lass mich nicht in ruhe geh weg boah ich hasse da hat ey die haben jetzt im entfleisch geklaut boah ihr blöden vögel verpisst euch welches ist dann frustrieren ja ich lauf die ganze zeit weg aber die verfolge mich immer noch boah ey jetzt geh doch mal weg ey die verfolgen mich die ganze zeit ich werd die nicht los ey ey wird er mich verarschen ich bin gleich tot ey jetzt geh doch mal weg ey der Daniel ist da oben ey Hilfe da ey boah ey die knüppeln mich hier zu tot jetzt gehst du in die andere Richtung ich seh dich nicht ich will auf dich zu gehen und du gehst genau in die andere Richtung hier ey komm da her boah jetzt geh mal weg ey Mistviecher ey boah ey hätten wir uns mal ein Dach gebaut den nun aus dann hätten wir solche Probleme nicht Aua die Nerven übelst ey geh unter Wasser ich hab gebrochene Knochen ey da hatte ich auch meine steinstellen anstehen ich bin doch gar nicht bei dir soll ich denn ihn erkennen nicht du dieses riesenviech dass ich ja versucht zu bekämpfen soll es vielleicht nicht in meiner nähe bleiben ich kämpfe immer noch gegen das wie ich ich versuche es jedenfalls ich habe pfeile und bogen da ja und schießt damit ja durch den kopf zu treffen ja hat betroffen oh gott oh gott bin ich weit weg geflogen da kommt da ins gericht in den hals ein schneider ist kaputt ehrlich mein gott wieder alles hier kaputt haut während er auf mich zurück ja wie weit kannst du mich verfolgen ich renne bis zum ende der welt da ist irgendwo im wasser gelandet gott oh gott den sein kopf glitscht voll durch den boden durch und sagt für amort noch gar kein fortschritt ich glaube es ist einfach ziel lustig die gegend ich rechne schon damit gleich zu sterben na ua gott falsch an ich bin ein mächtiger jäger mit einem pfeil der voll scheiße ich habe gebrochene knochen und bin leicht tot wovon wovon jetzt schon wieder von deinem übergewicht oder was ich werde jetzt auf den triceratops schießen macht er mich aber ich kann schneller laufen als du ich habe keine gebrochenen beine warum wir sind wir sind dann hier überall zu heiß ey ich glaube das nennt sich natur dann boah du bist so du bist so die art von typ der erstmal in der natur ist warum sind hier überall insekten gibt es hier keinen haben die noch nie was von fliegen gittern geh ich bin ein naturbusche ich bin ein naturbusche ich bin eine naturbusche Alter du bist ein bisschen überdramatisch findest du nicht jetzt jetzt kann ich deinen verkackten Leichner mit mir rumschleppen mehr